Egal was auch passiert Ich hole dir den Himmel mit Sterne, Stoff, Plasier Du bist das Ende Dieses Lied geht gerade an Shyvana auf Reste Peace Wir vermissen dich, Shyvana Wo bist du mein Sonnenlich? Ich suche dich und vermisse dich Sehr, sehr schön Wir vermissen dich, Shyvana Ich glaube, wir haben drunter dem Team I want to gangplank you myself Actually, das ist ein guter Tweet Nein, ich will das Game spielen So Zu wenig content die letzten Tage Can he only play like three champs and that's it I don't know if it's okay Yeah 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 Ich bin ein One-Trick Wir haben drunter dem Team, Leute Let's go Oh mein Gott Oh mein Gott Take Lucian Take Lucian Aber wer von den Jungle Warum ist das Game Ich habe Droh-Tot Blue-Light-Blue Support Support Die haben support Die haben support AD Support Jungleman Und Oh mein Gott Ich habe sein Udi-OTP Ich habe den Udi-OTP weggebannt Er hat Udi gebannt Er hat Udi gebannt Er hat Udi gebannt Er hat Udi gebannt Aber Achtung Aber Achtung Aber Achtung Aber Achtung Guys, er trollt nicht Twitch wie Berzanhan Follow guys 15-year-old Zukil Er hat Udi geflasht Um mir einen Assist zu den einen Bait Er zeigt mir nur seine Liebe Ich habe fucking Treasure Hunter dabei By the way Leider Also Fehler Aber In dem Fall Muss ich ihn auch nutzen Er wurde Chat-Mute-Hit Oh Oh, ist das gut? Flashy Knight? Fuck man Er wird noch Dings gehen sollen No So hat seine Sums verloren Wegen mehr Also ist schon Auch wenn ich nicht aktiv dabei dazu beigetragen habe Ich glaube er hat deswegen schon Das sehr gut erhält Okay Ich muss aber sagen Also es ist das schlechtste Eben, dass ich gespielt habe Jemals Ime, dieser Algarine ist gut Am farmen I'm not gonna lie ja im in my bad mit dem smite aber das ist trotzdem wert ne wait my slow he has to cleanse Wett! Er ist super gut dabei, der Argeron, ganz ehrlich, also er stärkert sich, er hat besser gefahren als ich, aber wir haben auf jeden Fall die Mental Dips, wenn wir ganken. Wieso ist jeder mad, wenn ich mal ein Game, wenn ich, wieso ist jeder mad, dass ich einen guten Tag habe, ach, was ist Abwehrmodus, warum haben wir den Abwehrmodus drin, geile Oh mein Gott, ich habe ihn gar nicht getötet, oh mein Gott, ich griefe, oh mein Gott, getötet, oh mein Gott, okay, ich griefe, oh mein Gott, ich griefe, oh mein Gott, ich griefe, oh mein Gott, Leute, ich muss so dringend auf die Toilette. Help him! Hallo. Oh, ich bin tot. Meter's Curse. Oh, doch nicht Meter's Curse. Oh my god. Almost Meter's Curse. Ich muss wirklich dringend aufs Klo. Shit. Ich bin 2 Level down. Ich muss den Rest of the Farm. Das ist ja unglaublich. Der ATS mich. 50 CS. Nice. Ich hab gleich ein ganzes Robodon. Oh, Leute. Eigentlich wollte ich schon vorhin aufgehen, ne? Uiuiui. Bis zum Luz. Ja, ich mach bis zum Luz. Ich halt mir versprechen.